hallo da ich es für nötig hielt heute nach dem stream ja mal kurz ein kleines addon dazu zu machen haben wir heute ein video über den alchemie tisch warum haben wir ausgerechnet jetzt ein video über etwas was die ganze zeit schon drin ist ja klar der ist mega nützlich ihr könnt halt eure bruchstücke von den bossen upgraden ihr könnt eure fertigkeitsbücher zur fertigkeitsverbesserung upgraden sachen um waffen zu verbessern und auch materialien um eure charaktere hoch zu stufen es gibt unten auch eine ganze menge tränke die bonus effekte haben für eine gewisse zeit mit dem team boosten könnt mit widerständen und so weiter und in der zweiten spalte konnten wir ja schon die ganze zeit mit dem staub von azot kristalle von einer farbe in die andere farbe umwandeln was es jetzt in 1.5 halt mit dem neuen boss neu gehabt war dieses traum lösungsmittel und ich fand es nötig dieses video zu machen weil heute im stream mich leute gefragt haben nur für dieses traum lösungsmittel ist und wie ich es geschafft habe so schnell in 1.5 meine ke zu maxen obwohl mir doch so viele ringe fehlten und der grund ist halt einfach dass ihr mit diesem traum lösungsmittel hergehen könnt und wir sagen jetzt mal wir wollen brauchen mehr klauen des ostwinds um eine fähigkeit hoch zu machen und dann könnt ihr ein anderes teil des ostwinds nehmen also sowohl den arten wie auch die schwanzfeder mit einem traum lösungsmittel und könnte das in so eine klaue verwandeln also das heißt ihr tradet ein boss teil von dem boss mit einem traum lösungsmittel gegen ein anderes boss teil ein und da ich das ziemlich wichtig fand ja und dass einige leute halt einfach nicht wussten und mir das heute im stream auffiel wollte ich euch das an der stelle nur noch mal zeigen das ist halt das neueste feature im umwandlungs tab im alchemie tisch und das ist super gut wenn ihr irgendeinen charakter kronen geben möchte die ihr gesammelt habt und euch aber die materialien halt für die talentstufen für die letzten fehlen also ja das war es auch schon mit dem video für heute mehr wollte ich euch über den alchemie tisch nicht sagen deshalb wünsche ich euch an der stelle noch einen wunderschönen tag und sagt mal bis zum nächsten mal